Ben Zucker, neue Song. Die Reaktion der Fans ist eindeutig. Ben Zucker ist zurzeit für die Goldene Henne nominiert. Kurz vor der Preisverleihung überraschte Sänger seine Fans mit neuer Musik. Ihr Urteil fällt eindeutig aus. Am 15. November findet die Goldene Henne in Leipzig statt. Auch Ben Zucker ist für die Kategorie Musik nominiert und hofft zurzeit auf das Voting seiner Fans. Umso größer ist die Überraschung, die er vor wenigen Tagen mit seiner Community auf Instagram teilte. Denn Ben Zucker hat einen neuen Song. Ben Zucker veröffentlicht neuen Song. Da vorne ist noch Licht heißt Ben Zuckers neue Single, die er am 27. September veröffentlichen wird. Auf Instagram gibt er seinen Fans einen kleinen Vorgeschmack auf den neuen Song und sein neues Musikvideo dazu. Darin zeigt sich der Musiker überraschend bodenständig in der Natur und mit seiner Gitarre im Arm. Neugierig fragt Ben Zucker seine Fans auf Instagram, da vorne ist noch Licht. Hier kommt die erste Hörprobe für euch. Was sagt ihr? Ben Zucker, so reagieren seine Fans. Das Urteil der Fans für Ben Zuckers neuen Song fällt dabei eindeutiger aus, als der Sänger wahrscheinlich live selber dachte. Sehr schön wieder ein Lied mit Gitarre Benjamin oder das Stück reicht schon. Um mal wieder Gänsehaut zu bekommen kommentieren Ben Zuckers Fans seinen Instagram Post. Eine Nachricht, die den Schlagerstar sicherlich freuen wird.